Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bedingt der Köln aber alles im Außen. Die nächsten Gruppen sind unsere Schellenschläger. Die Schellenschläger sind die älteste Gruppe von den Schellenschläger. Unsere Schellenschläger sind aus einer Zeit, in der keine Vereine gegeben hat. Es gibt Aufzeichnungen davon und Schellen, wo man aus dem 18. Jahrhundert schon Schellen da hat. Das heißt also 1.700% sind die Zahlen drauf. Ja, und da war es halt Frage darauf, dass man eher die Freien Bauern, die Grasbauern sozusagen, wie man gesagt hat und die Geschäftsleute, die Schellenschläger gewesen sind. Heute hat sich das normalisiert. Jeder, der es will, von Schellenschläger. Und dann freut sich das, dass wir wirklich einen guten Zuspruch haben. Und für die Schellenschläger des Prinzenssatzes haben wir schon. Das Kapplau voraus. Der Vortanzerhex erschien die Allerweil. Und so macht man 1, 2, 3. Ho! 2, 3�. 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.